Tja, klein aber fein, das ist der Livestream auf einem Smartphone hier an der Boxen, an der Pitwall. Und ja, sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus, dieser Livestream. Ich würde euch raten, euch heute Nachmittag das Qualifying oder morgen das Rennen über den Livestream anzuschauen. Den Link findet ihr auf der Homepage der adac-procar.de. Und ja, ich würde euch raten, euch heute Nachmittag.